Autsch Au Grüß Gott und herzlich willkommen zu einem neuen Vlog auf meinem Kanal Das ist so geil Ja Ja Oh mein Gott Oh Was isst du? Toast Sie? Ich geh jetzt in die Badewanne Was sagen sie dazu? Mu? Darf ich schon den Bus haben? Was ist da drauf? Achso, ne, ich will das nicht Ich war vorhin baden, ich glaub ich hab mich zwischendurch gar nicht gemeldet Wollte eigentlich Insta-Bilder machen, hab's aber nicht gemacht Was ist denn im Fokus los? Jetzt werde ich gleich von einer Freundin abgeholt Und mir von Pia Und dann fahren wir kurz in Magis, weil das sind doch grad immer diese Angebote, gell? Und heute gibt's Milchshake für 1€ Ziehen wir jetzt noch Socken an Und irgendwas, was warm ist Weil ich dachte, es ist warm Aber es ist gar nicht so warm Und ich hab keinen Livestream gemacht, war voll cool Folgt mir auf Insta für keine Livestreams Vorpasserei Ich hab schon wieder Schluck auf Oh Mann Heute schon zum zweiten Mal Schluck auf Mama Mia Es ist kalt draußen Ich hab mir grad Temple Run, also Run runtergeladen Und ich zockte es gerade Ich suchte das so So geil Lalalalalala Los geht's Behindert Schluck auf tut bei mir immer nach einer Zeit weh Mal gucken, ob ich einen neuen Highscore aufstelle I hope so I'm so good Ja Nein, ich bin mir in die Wand gelaufen Mann Autsch Au Uh Cool Autsch 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 Katzen müssen doch drogalisiert sein, sonst sind sie ja nicht legal Herrschaftsurkunde besagt das jedenfalls Ah 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 Ich gewinn dieses scheiß Spiel Man kann es eigentlich grad Ah Nee ich gewinn ich kann nur meinen Highscore aufbauen Ah 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 Bin gestorben Ich glaub er ist weg Ah ok doch nicht Ah Autsch Also Leute ich hab jetzt meine Jeans an Die ist von Tallyway Falls es euch interessiert Und gammel dort immer wenn ich rausgehe Ich mach immer meine Haare so gammelig Egal Und that's my outfit of the day Heute mal ohne Loch Leute Und ich werd jetzt abgeholt Deswegen geh ich jetzt und ich mit mich später wieder Ich glaub das wird ein Wochenvlog über Mirror Attack Ich hab grad getrunken Deswegen sabber ich Nicht Fragen And don't judge Willkommen in der Backstube Das ist Spaß Leute Ich weiß nicht was heute mit mir los ist Aber ich bin echt funny frisch ungarisch drauf Funny frisch ungarisch Die Luft ist rein Don't sein Vater oben auf der Birne platzieren Jetzt schminke ich mich ab Leute und dann geh ich schlafen Ne geh ich nicht aber ins Bett Damn it's feeling good to be a gangster Ich hab mich voll mit Papier geschnitten das brennt voll Deswegen heule ich grad auch Spaß Ich bin sauber Wie ein Zauber Die ist doch nicht ganz sauber Erstmal gucken auf Monster und dann wird sie Luft ist rein mal wieder Und ich möchte mich morgen wieder bei euch LOL Cut Hallo Marcelo Hi Du kommst in meinen Vlog Ich vlog grade Sonntags let's gammeln Was sagt ihr zu seinen Loggen schreibt in die Kommentare Okay komm Ich hab die Decke aufgemacht Nochmal komm Das ist mein Job Das ist mein Job Das ist mein Job Ich hab alle zugewacht in dem Moment Echt? Ja witzig Und zwar Mach die Kamera schnell aus Focus Focus on my face Ich hab heute mein Video hochgeladen Und jetzt gleich Stell ich mich ein bisschen ins Bett Wir haben jetzt 20.30 Uhr Und ich werde jetzt ein bisschen chillen Herunterfahren Like my Laptop everyday Außer wenn ich vergesse den Stecker zu ziehen Dann nicht schlafen Ich glaub ich meld mich heute nicht mehr Ich tue jetzt einfach nur noch weg von ganzen Medien scheiße und so Handy und einfach weg von Manchmal ist es zu viel Ja Kennt ihr das? Das tut echt gut Wow Morgen muss ich mal wieder Insta Bilder machen Denn die gehen mir jetzt so langsam aber sicher aus Und ich meld mich morgen wieder bei euch See ya Today is the next day Hier sind wir ein wildes Marsjahr in seiner wilden Umgebung Hey Leute was geht? Neues Tag neues Glück Neues Tag Neuer Tag Neuer Tag Manuel Neuer Leute ich muss jetzt was trinken erstmal Jetzt lerne ich ein bisschen Englisch und dann gutes Mittagessen Wow Mein Pürsing ist immer in der Nase drin Ich bin bald 18 Leute dann lass ich mich hier stechen oder? Soll ich? Mach ich so dassel That was my Outfit of the day Leggings With this crop hoodie Sonst noch was? Ich habe die ganze Woche Gevloggt Leute Gut gell? Proud of me Mal gucken ob es ein langes Letztgambel wird Oder trotzdem nur ein bisschen kurz Ich tu nämlich echt immer viel Filmen Aber schneide es dann alles kurz zusammen Vielleicht wird es aber echt diesmal lang Und ich muss jetzt aber los gehen Und ich melde mich dann später wieder Und bis nachher I love you Pichu oder ja Ciao Puh Leute ich habe gerade sturmfrei Ich scheiß mir hardcore in die Hose Ich bin gerade die Treppe Die Kellertreppe So schnell hochgerannt wie noch nie in meinem Leben Ich habe nämlich ähm Meine Haare sind gerade von lange aus Scheiß die Wand an Wo kommt ihr denn her? Ok jetzt nicht mehr So man sieht das Ende nicht wisst ihr Jetzt so ok bye Ähm Ich habe meine Hose gewaschen Ein paar andere Sachen Damit es sich lohnt wisst ihr so Struggle Und unsere Waschmaschine und Waschküche ist im Keller Und ich bin gerade halb gestorben Als ich hochgerannt bin Oh mein Gott Ich habe sturmfrei Pia kommt gleich Wir gehen heute in den Club Und ich mache heute was sehr böses Weiß nicht ob ich das sagen darf Ich mache gleich Pasta mit Pesto Standard You're not gonna be happy Du Leute Pia ist bei mir angekommen Wir sind jetzt eigentlich schon fast wieder zu spät Obwohl wir heute übelst geplant waren und alles fertig hatten Und ich habe immer noch keine Pasta gemacht Also guckt euch das an Machen wir jetzt Pasta Jetzt machen wir Pasta Und dann ver... Checken wir den ganzen Abend Und... Euren Alter ist halt so geil Ok Und ich meld mich morgen wieder Bye Also ich penne übrigens bei ihr Und dann melde ich mich wie Ok tschüss Also Leute Ich bin wieder back home Ich war gerade eben jetzt noch mit Pia am Hiphop Training Ich bin so fertig Wir haben ganz kurz Dings trainiert Es war richtig anstrengend heute Kaffee 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 Oh Scheiße Und jetzt muss ich das Video schneiden Irgendwann ich glaube ich schneide es nachts Und jetzt mache ich mich gleich duschen fertig Und dann geht es ab nach Stuttgart Machen wir den halt woanders in dieser Disco One Geil Und... Treffen uns dann in Stuttgart Bäm Also anscheinend gehe ich heute wieder feiern Ja maaaann Hä hat man schlecht an dem Video Ich mache mich jetzt fertig Uff 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 Marcelo Wann bist du zuhause Marcelo sag mal kurz Also die sind um 14 Uhr in Stuttgart Wir müssen ja nicht um 14 Uhr da sein aber Ähm Wann bist du denn da? Also Leute ich beende den Vlog an dieser Stelle Ich hoffe es hat euch gefallen Ich glaube der Vlog war jetzt mal ein bisschen länger Ich weiß nicht mehr Aber ich denke so Und ja Ähm Ich dusche jetzt mach mich fertig Ich muss das Video irgendwie schneiden Dies das Ey ney ney Und ich würde sagen Leute Haut rein wir sehen uns am Mittwoch wieder Ähm Autsch Ja das war der Blanche Bleiben wir kacken Ich bin raus Eure Masi Peace I love you Bye See ya See ya Marcia See ya See ya Soon Bye Ciao Bruder Bye